Hallo ihr Lieben, gute Nachrichten! Das lange Warten hat ein Ende. Am 2.3. beginnt die 14. Staffel der Bergretter um 20.15 Uhr, wie gewohnt, jeden Donnerstag im ZDF. Yippie! Und für alle, die es nicht erwarten können, könnt ihr bereits am 23.02. die erste Folge in der ZDF-Mediathek schauen. Viel Spaß dabei! Das ist hier übrigens keine Fototablete.